ja so wie hier sieht kaninchen haben sich auf meine bäume abonniert so fünf oder sechs stück habe ich gesehen das auch hier auch ja oben nochmal dort nochmal zwei deswegen habe ich diese zaundraht montiert geschnitten und rundherum festgemacht ja weil sonst habe ich umsonst gearbeitet wenn ich das nicht mache dort habe ich noch mit den bären die wollen die die schmecken hier habe ich aronia normalerweise aronia schmeckt auch bis jetzt nichts nur obstbäume momentan johannesböre auch nicht nur obstbäume obstbäume machen die sehr sehr gern ja ich hoffe dass ich das gerettet habe also macht es so Bis zum nächsten Mal.